Willkommen zu einem weiteren Quick-Tip in Alplan. In diesem Quick-Tip möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Bewährungsverlegung, die ihr vielleicht aufteilen musstet wegen Fenstern oder Türen, trotz allem zusammen beschriften könnt. Als allererstes habe ich hier meine Anschlussseisen in der Wand. Um diese zu beschriften, kann ich ganz einfach über die Maßlinie gehen kann diese Verlegung anwählen und kann diese nun beschriften. Wenn ich nun eine Verlegung habe, die unterteilt wurde, muss das nicht heissen, dass ich diese auch unterteilt beschriften muss. Ich kann einfach wieder über die Funktion Maßlinie gehen und mit der rechten Maustaste die Summenfunktion starten. Nun kann ich von jeder Verlegung einfach ein Eisen auswählen und danach mit der rechten Maustaste dies wieder bestätigen. Nun kann ich mit Escape einfach weiterfahren und habe hier nun die Maßlinien für diese drei Verlegungen. Ich kann nun beispielsweise noch die Maßlinientexte aktivieren und die Stückzahl beschriften und kann so diese Maßlinie absetzen und eine unterteilte Verlegung auch in einer Maßlinie beschriften.